So, dann wollen wir mal zum Friedhof Denn jetzt können wir endlich das Mausoleum betreten Ich habe das, was du gefragt hast, Vater. Aber etwas ist anders an dieser Stelle. Es ist nicht so, wie es sollte. Sie wird vielleicht beschädigt. Ja, wir müssen nur warten und sehen. So, dann haben wir mehr Seine. Ja, sie haben alle geschehen, in der Glorie von Gott. Ach ja, sie hat ja nur einen Taser. Die Seele geklaut. Ich glaube, die wacht nicht wieder auf. Ja, die Frage ist, was können wir jetzt mit Aileen machen? Also, erstmal können wir... ... den Isaac... ... den Isaac... ... fesseln. Dann durchsuchen bitte. Okay. Schlüssel mit Anhänger. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Genau deshalb gehen wir jetzt hier raus und holen den Rollstuhl. ... 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 Das ist es nicht. So, Schlüssel doch. Ja, den haben wir ja, Gott sei Dank, auch dabei. Oh ja, das ist sehr schön. Da sehe ich schon, das sind bestimmt die Bilder. Wo ist es? Hat er versucht, etwas in diesen Schildern zu lösen? Man, cool. Ich glaube nicht, das sind sie verraten. Er muss den Schildern auf den Schildern zu lösen. Das bedeutet, es gibt nur ein einziges Schilder, der in den Schildern. Ach ja. Haben wir da? Vorpferdünner. Sonst ist hier nichts. Hm. Ich dachte jetzt eigentlich, dass da eine Kiste oder sowas drin ist, weil... Obwohl, wenn das derselbe Schlüssel ist... Okay. Können wir ja einfach ausprobieren hier. Ja. Ja. So einfach... Kann das sein. Lass mal Lichter machen. Uniform. Aber warum packt er das hier rein? Schachtel. Ein bisschen... Uniform. Ich habe ein Buch in da. Und da ist auch etwas anderes. Ein Buchstabe für mich. Für mich. 15. Ich glaube nicht. Er versucht mich zurück zu meiner Mutter zu retten. Bis zum Ende. Tja, so ist das manchmal. Er fährt man Sachen viel zu spät. Bevor wir jetzt hier irgendwie was anderes machen, möchte ich das doch gerne anhören. Ich habe es nach dem Outer Perimeter herausgegeben, dass eine Art Endothermische Reaktion ist. Es ist wichtig, dass sich die Veränderungen in Temperature verletzen. Findet die Sorge. By severing the link, perhaps I can save them. Jimmy and all the others. Reoccurring dream. I'm standing in front of a huge black hole in a clearing in the woods. There's a man dressed in red, urging me to jump. I'm afraid to, but I take the plunge anyway. Hey, for some reason, I don't think I have anything to lose. As I fall, I reach for the parachute cord. But to my horror, there's nothing there. That's when I wake up. Hmm... We probably have to do this again, if I'm going to do it. The door is open by turning... Ja, ist schon klar. Okay, wir haben die Schlüssel. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht zu finden. Äh. Genau. Gehen wir doch erstmal zur Hütte. Das ist die Temperatur, was er vorhin sagte. Da brauchen wir bestimmt das Thermometer. So. Oh mei. Ankloppen. Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder... Äh. Selber. Öffnen. Das ist das gleiche Spiel wie... zuvor. Nur mit... anderer Reihenfolge. Geh mal davon aus. Ah, hier. Den. Nee. Den. 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 So. Ich, der alte Geborene, äh... Einbräer hier. So, jetzt ist keiner da. Ja. Aber es scheint ja einer von den guten zu sein. In irgendeiner Art. Wenn er uns hilft. Ja. So either she planned this or saw it. Nathan is drowning Lily in the lake. Yeah, we somehow... ...photoapparate or something. Yeah, that's to me already clear. Hmm. Yeah, we can see more. Oops. Oh. Nathan? Yes? I know about Lily, Nathan. I like Lily. Nathan, tell me what happened the day Lily died? I don't know. It's okay, Nathan. I'm a friend. I know the red man too. You... you do? Yes. He told me to ask you about what happened to Lily. He said that you would tell me the truth because you are honest. You're honest, aren't you, Nathan? Lily was angry that time. Angry and sad. Mostly angry. Angry with you? Angry with everybody. Mama was asleep. Papa too. Okay. What happened next? Lily wanted to go down to the lake. She told me to hold her under the water for a while. She said I had to. She had painted it and everything she painted was supposed to happen. I didn't want to, but Lily said she would tell Mama that I was bad if I didn't. But the red man says it was an accident and that Lily is in a better place. It's okay, Nathan. Lily was sick. It's not anyone's fault. When did you first meet the red man? I don't know. I see him in the woods sometimes. He and Lily always fought. They did. About what? He wanted Lily to take her medicine. What kind of medicine? Pills to make her less sad and angry? I don't know. Just medicine. But you know what? It's okay. I still talk to her all the time. You talk to Lily? And she talks back. Yes. Take me to her, Nathan. Take me to Lily. You promise not to tell Mama? I won't. I promise. Take me there. Okay. Oh. Get away from them, Nathan. They're dangerous. No. They're nice. Look. Maybe they can't affect him for some reason. Poor little Mender met her end. Witnessed so much she could not comprehend. Claimed by the lake, she screamed to her god. Struggled for air as she twisted and clawed. But all was in vain and her cries went unheard. T'was a heartbreaking theater of the absurd. There, there. You're being dramatic. No pain, no gain. At least that color looks good on you. Ascute observation, Bill. This room does hold the key. Well then, it's been a pleasure talking to you. Jesus. Nathan? How long was I out? He was trying to bereavement from records in the andes? Bye-bye. Well then, I got a together seat. So that looks awful at the scene.